Willkommen zurück zu die Standard Highlights! Ein besseres Intro gibt es heute nicht. Oder ein Steinchen. Wie lange brauchst du da Würstchen? Ok gut, dann wird nicht nochmal weht. Das war gerade sehr kreativ, Steinchen, den wir nicht erwartet. Das wird gehen. Shit. Ah! Wie hat sie geholfen? Das Motorrad ist explodiert. Wie hat Granaten? Ja, ich hoffe nicht. Was? Den habe ich. Ah, nein! Ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch. Ich gehe ins Haus, nein. Kill habe ich gekriegt. Freund, 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 ja. Ja, ich habe jetzt noch zu schossen. Der ist jetzt zu schossen. Oh, fuck. Ich gehe rein da. Der war in Ordnung. Ah, das ist genug. Ich würde aufpassen, dass du mit dem Fuß nicht ins Klaue reintrittst. Dann ist er nass, gell? Ich glaube, da bin ich schon mit dem Fuß drinnen. Es ist schon zu spät. Warte, ich kann mir das sagen. Ja. Der ist nicht drinnen. Schatz, gelb, er ist auch noch. Ja. Deswegen riecht mein Fuß jetzt schlecht. Ja. Fußpilz. Jetzt liegt er. Der läuft da. Headshot! Ja, sauber. Der Gordel. Nee, der Gordel. Nee, der Gordel. Nee, der Gordel. Zweiter ist genug. Alter, ich würde von einer anderen Seite beschossen. Ja. Sehr schön, Steinchen. Alter, was ich für ein Flosch bin ich. Ja. Kopf, Kopf, Kopf. Jetzt ist er genug. Nein, das ist ein Hammerstrenger. Die drei rein und er hat noch eine Lütze vor mir. Was hast du mit deinen Hams noch? Nein, nein. Ich bin ein Hams. Ich bin ein Hams. Ich bin ein Hams. Er kommt rein. Ja, weee. Jetzt um. Ja, wo bin ich? Nein. Nein. Ja, nackt. Gut. Ja. Geh zurück. Geh zurück. Ja. Okay. Gut. Nein, ist offen. Da ist einer drinnen im Haus. Direkt. Da. Bei mir. Das Kleine. Das Kleine. Ja, wo ich hinschaue. Ja, genau. Ja, genau. Das Kleine. Das Kleine. Ja. Das Kleine. Mit der Schau. Das Kleine. Ah,2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Jawohl, sauber! Der ist tot! Sieg an! Jawohl, sauber! Wie geht das? Ah, geil! Da vorne sind sie! Auf 150 grad über in der Büsche. 165 schon mehr. Sieg an! Ja. Warten wir kurz bis der zweite kommt. Warten wir bis der zweite kommt. Aber er kommt, ok? Er kann nicht drüber springen. Warten wir bis er ein bisschen im Freien ist, ok? Dann schießen wir ihn ab. Jawohl! Der zweite kommt zurück. Decked. Wo ist denn den Busch da drinnen? Er ist im Busch, ja. Das ist der Linktrick. Er geht. Kill! Ja, nice. Äh, gehen wir weiter. Machen wir weiter. Blut brauche ich. Wir müssen uns bewegen, ja. Hinter mir! Oh, Alter! Ich hab gerade mal einen Boost eingeschmissen. Der war nicht instant, gell. Ja, alles klar. Aber auch 16 Gegner am Leben. Guck ja nicht so schlecht aus. Wir müssen noch hinter uns schauen. Alles klar. Sieg an! Auf 60. Alles klar. Er ist aber noch außerhalb der Zone. Siegst ihn. Okay. Okay. Wer ist zu? Dann tun wir mal so ein Stückchen. Binnen beim Haus, binnen beim Haus. Alles klar. Mauer. Oh shit. Siegst du dich ab? Nein. Ah, Treffer. Ich flankieren. Ich muss, ich muss... Ich will ins Haus rein. Ich will ins Haus rein. Fast schon. Die sind außerhalb der Zone. Wir müssen jetzt da herkommen. Flankieren gerade. Oh Gott. Noch ein. Uah. Ich bin halt... Ich bin halt... Ich bin zwei Dreck vor dir. Ich hätte ihn jetzt eigentlich da vorbeilaufen von vorne. Hanna schaut rechts. Ich hab mir noch nicht Ding sein. Boah scheiße. Über den Head. Oh Steinchen vor dir ist einer. Kilo. Kill. Nice. Ich glaube du musst da rein. Kann ich dich nicht holen? Das könnte sich noch ausgehen, ja. Ich gehe noch hinter diesen Felsen. Launen. Fuck, fuck, fuck. Das ist... Wenn du gekniert bleibst. Entweder, oder? Ja. Entweder schaffen wir es da immer noch. Keiner. Äh, hast du zum Haulen? Ja, ich hab. Hm. Du musst hier rein jetzt. Wo sind denn die? Weißt du das? Ja, geradeaus bei den Heiser noch. Das sind immer die zwei. Nein, nein. Ich glaube ich hab die Links gesehen. Nein, es waren zwei, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Bei den Heiser. Ja. Ja, bleiben wir zusammen irgendwie. Ja. Ich hab keine Hölle mehr. Ich hab so weggeschossen. Ich meine, ich bin in der Zone. Du auch? Ja, ich auch. Ich hab mir noch einen Booster rein. Ja. Du hast jetzt bei der Haustür. Ja toll. Ja toll. Ein habe ich. Yes. Yes. Nice Steinkind. Yes. Geht ja. Besser. Gerade vor uns. Du hast gerade nach oben gesprungen. Ja. Ja. Dann hab ich. Und wo ist da unten gehen? Der ist hinter der Mauer da. Gleich hinter der Mauer. Nice. So. Nice. Ah ne ist genug. Jetzt ist er in der Bahn gegangen. Oh fuck. Kannst du dich heilen? Der macht mich jetzt hin glaube ich. Ich kann nur ein bisschen schießen. Ah. Ah. Ich esse. Ich esse ihm. Auf ihn. Ich sehe an auf. Auf Waze. Genau. Ja. Nee nee. Jetzt haben wir in den Kommand zerlegt. Waze. Ja. Fuck. In die Zone kommt. Wenn wir einfach niedrig. Wenn wir einfach in die Richtung wo er kommt. Irgendwann. Ich sehe ihn erst beim Bahn da. Ich habe ihn. Ich muss laufen. Ja. Lauf du auch. Ich bin auch schon in der Zone. Der andere muss irgendwo da sein. Auf der anderen Seite glaube ich. Ja. Fuck. Auf Südwest oder so. Ja. Ich spiele den Scheiß. Zauber. Verdrucken mich die ganze Zeit mit Heilen und Maepeln. Ja. Krass. Ich werfe einmal ein paar Granaten auf die andere Seite. Ich werfe einmal ein paar Granaten auf die andere Seite. Achtung. Ich habe etwas gehört. Ich glaube ich habe etwas gehört. Mehr Richtung West. Aber glaube ich möchte. Mehr West. Alles klar. Ich bin jetzt in der Zone, Liga. Okay. So, ich booste da leider sein Wester. Ich sehe ihn erst beim Bahn. Furi beim Bahn. Nice. Er hat auf mich geschaut. Ja, ja. Super. Sehr geil. Jawohl. Was? Was? Wie ist denn das jetzt passiert? Ich denke mir noch. Ich denke mir die ganze Zeit. Da klappert irgendwas im Gras. Weil wir das die Granate auf mich sehen können.